Mit einem Kaminofen erhalten Sie eine natürliche und günstige Wärme für Ihr Zuhause. Wie Sie sehen, ist das Anzünden nicht immer ganz einfach. Wird die Ofentür geschlossen, geht das Feuer aus oder es bildet sich Rauch, der nicht nur unangenehm riecht, sondern auch die Glasscheibe schwarz färbt. Auch sind die im Rauch freigesetzten Partikel gesundheitsschädlich und sollten nicht eingeatmet werden. Es gibt verschiedene Gründe, warum das Anzünden nicht so einfach klappt. Falsches Anzünden, Turbulenzen an der Mündung des Schornsteins, ein ausgekühlter Schornstein, Dunstabzugshaube oder Lüftungsanlage. In diesen Fällen kann der Schornstein keinen ausreichenden Unterdruck erzeugen und benötigt Hilfe durch einen Abgasventilator. Durch das Montieren eines Abgasventilators auf Ihrem Schornstein wird ein Unterdruck erzeugt, wodurch der Rauch aus dem Ofen oder dem offenen Kamin schnell abgezogen wird. Das Ergebnis ist ein optimaler Schornsteinzug, der für ein klares und stabiles Flammenbild sorgt und für eine effiziente Verbrennung Ihres Brennholzes. Der Abgasventilator verbraucht nur sehr wenig Strom und lässt sich über eine Fernbedienung steuern, sodass Sie den Zug sicher und einfach einschalten, anpassen und ausschalten können. Wir von Exodraft wissen, wovon wir sprechen. Wir produzieren Abgasventilaturen seit 1957 und sind heute der weltweit führende Lieferant von Abgasventilaturen für Privathaushalte, öffentliche Einrichtungen und Industrieunternehmen. Wenn Sie mehr Freude an Ihrem Kaminofen haben wollen, dann testen Sie einfach 14 Tage lang einen Abgasventilator kostenlos. Sie werden den Unterschied erleben. Unter exodraft.de erfahren Sie mehr.